Das saarländische Verfassungsgericht hat die Ausgangsbeschränkungen im Saarland teilweise gekippt. Mit der Entscheidung heute Abend hat das Gericht der Klage eines Saarländers stattgegeben. Er sah sich in seinem Grundrecht auf Freiheit der Person beschränkt. Für die Einschränkungen gäbe es keinen Grund im Vergleich zu Bundesländern mit milderen Regeln. Damit sind ab sofort Treffen mit Familienangehörigen und der Aufenthalt im Freien wieder unbeschränkt möglich, auch ohne triftigen Grund. Die Schutzabstände müssen aber trotzdem eingehalten werden.